ja hallo erst mal und herzlich willkommen zu meiner inzwischen vierten folge meines youtube experiments kickstar spielt minecraft wir sind nach wie vor in den anfängen weit sind wir nicht gekommen wir stehen unmittelbar vor der wand einen blick ich drehe mich um jetzt mit dem rücken zur wand ich weiß noch nicht ob das besser ist aber wir werden sehen was wir da heute draus machen was ich definitiv machen möchte ist den keller weiter ausbauen mehr material finden bisschen mehr eisen weniger kies und ein bisschen mehr licht ins dunkel bringen wir fangen direkt mal hier an das ganze auch mal jetzt breiter auslegen leute seht es euch an wir haben kohle gefunden ja das war natürlich ein hervorragender start warum soll der start hier besser anfangen als das ende der letzten folge aber wir sehen noch ein bisschen stein haben wir noch okay kommen machen wir mit der steinschippe weiter es bringt alles nichts muss gleich nach oben neues werkzeug machen das ist mir zu dunkel hier hofft ist der kies bald weg ich habe keine schippe mehr das kann doch nicht wahr sein das war es jetzt erstmal mit der schippe mehr wichtiger ist ja erstmal die kohle kohle ist gut so hoffen wir überleben dieser folge etwas länger als in der letzten folge solange ich alleine bin dürfte das kein problem sein so 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 das ist auch mit so 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 wie vor eine schwäche hier wo könnte das ganze alles nur hin sein so es bringt nichts wir werden nach oben müssen wir müssen nach draußen wir brauchen eine schippe ach ja wir brauchen stufen also nicht nur diese stufen wir brauchen echte stufen so hier könnte da noch ein bisschen licht hin oder wie sieht es denn hier aus oh das war sehr geschickt klack möchte ich da noch weiter buddeln möchte ich später wissen was hinter dem kies ist oder baue ich die wand direkt zu wie ihr seht ich bin sehr entscheidungsfreudig vielleicht macht es sinn dass er mir hier und da mal bei den entscheidungen mithelft ich dachte gerade die türe wäre auf das bringt uns nichts ich hatte doch noch mehr eis oder so das ganze eisen jetzt in die kiste getan das ganze dann nehmen wir einfach mal die hälfte mit mitnehmen mitnehmen heißt einstecken und weg laufen so die riesigen vorräte auch schon direkt wieder verwendet ich habe eine karotte ich habe es gar nicht gesehen dass ich eine karotte habe seit wann habe ich eine karotte ich habe am ende der letzten folge noch einen zombie getötet hatte der eine karotte fallen lassen warum sagt mir das keiner die werde ich definitiv auch in dem beet anpflanzen ja wir haben von zombie gesprochen ne ist klar so den weg damit die brauchen wir jetzt auch nicht Feuerzeuge wollen wir noch keine machen das passt dahin Bogen haben wir noch kein wir haben noch keine spinne getötet ne so das brauchen wir glaube ich auch noch nicht das noch nicht wo mag er sein draußen wir haben uns das letzte mal raus getraut hat sich nicht zu unserem vorteil ergeben traue ich mich diesmal ich meine wie schlimm kann es sein kann es das gleich zweimal hintereinander passieren in zwei aufeinander laufenden folgen nein oder guck guck wer hat die Tür zugemacht wir laufen ein paar mal hier hin hier ist mehr Platz hier lasse ich mich nicht so schnell überrumpeln nicht so schnell überraschen wo der nein wo ist er da ist er schon wieder von hinten Mensch erschreckt mich doch nicht so was was das ist ein komisches Geräusch zack ist hier jemand hallo irgendjemand sollte die Möhre anpflanzen bevor ich sie verliere so und ich sollte noch mehr Bäume fällen eindeutig guck der ist schon mal weg ist das ein großer ein normaler ein normaler ach nö Leute ach das war noch eine von der stein sorte hm darf man hier auch schwebende Bäume fällen ich habe entschieden man darf ich meine die gehören ja nicht zur seltenen Spezi ne da gibt es ja mehrere von ihnen ups wie komme ich hier raus war ja wieder sehr geschickt und schwupps eine treppe gebaut hm ich habe mich ja eigentlich über den regen gefreut aber kann der auch wieder aufhören komm komm den nehmen wir mit der steht sowas von im weg hallo den nehmen wir auch noch mit dann werden wir jetzt auch mal ein bisschen an unserer Baracke hier bauen glaube ich die ist ja nun sowas von scheppig wir brauchen definitiv ein bisschen Unterstützung durch eine Werkbank so paar Stufen jetzt habe ich mein ganzes Holz schon umgewandelt sehr geschickt noch gerne ein paar Eichenstämme komm den einen lassen wir stehen was war da jemand durch dieses ganze Regen hört man ja gar nichts der steht auch so ein bisschen im weg ach ja die Kiste da war noch ein offenes To-Do ich sollte da hineinschauen ich lasse mich gerade ablenken oder Kiste Kiste ein Apfel ich brauche ein Apfel ha ha ist der lecker und sowas von weg okay gucken wir rein gucken wir rein gucken wir rein gucken wir nicht rein gucken wir später mal rein äh gucken wir doch rein nein doch nein soll ich den Kindern werde ich denen gefallen tun meine Mädels killen mich wenn ich dran vorbeilaufe und nicht reingucke äh okay 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 das nächste mal ich guck rein ähm vielleicht gleich später ähm guckt ihr doch einfach mal nach da und ich guck mal rein ich hab's getan oh ein Brot Holz noch mehr Äpfel Werkzeug Holzspitzsacke jetzt mal ernsthaft wer baut sich eine Holzspitzsacke ich ähm nein also das sind schön die Sachen Akadienstamm was machen wir mit zwei Stücken Akadienstamm hier ich weiß es nicht wir werden es einfach zur Erinnerung da lassen ich hab's getan ich hab reingeguckt und wir nehmen noch einen Apfel mit super Schweini Schweini da ist Erner Schrammsack wieder oh da kommst du her hast du da eine Abkürzung gefunden gibt's da noch andere Wege ja ja ich hab Möhren angepflanzt kannst mal wiederkommen wenn ich ach das hat er gehört das hast du gehört ne nur von dem Wort Möhre gesprochen und schon kommst du wieder angetapert ja okay ich weiß sie ist noch nicht gewachsen Mann ist aber auch undankbar der Kerl guck mal was gibt denn unser Weizenfeld von sich das sind keine Reichtümer aber dafür habe ich davon nur noch einen Apfel gefunden ja springe ich jetzt da wieder rein spring ich da rein ja ich spring da rein ich will das hier haben ich bin ein Messi ich brauch alles zack 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 so ich wollte ich wollte das Haus verbessern also das das was ein Haus werden soll das werde ich jetzt auch tun achso genau Stämme wollte ich denn was denn ja es regnet ja es regnet ich weiß danke danke für den Hinweis ich wäre nicht drauf gekommen so wie viel Stämme haben wir denn 10 das ist jetzt echt kein Vermögen da brauchen wir mehr zack den nehmen wir mit den nehmen wir auch mit ich hoffe das war jetzt keiner von den großen nein so wie viel haben wir jetzt? 18 das ist doch schon mal eine Hausnummer packen wir die da hin das da hin das da hin so wieso habe ich denn immer noch Hunger? ey jetzt habe ich schon so viele Äpfel gegessen und immer noch Hunger so gucken wir mal wie wollen wir das denn gerne haben 3 3 zack 1 2 3 4 und hier 1 2 3 4 hier muss auf jeden Fall noch was hinweg ach jetzt steht der jetzt hier auch sehr nah am Haus ne aber ich glaube der bleibt da erstmal stehen aber ich glaube der bleibt da erstmal stehen das Haus jetzt einfällt weiter nach dahin setze könnte ich ihn einfach ins Haus integrieren sieht wahrscheinlich nachher doof aus oder? hm es hat aufgehört! schaut euch diesen blauen Himmel an! 3 3 4 3 4 au das tut doch weh es tut mir leid dieser Baum muss doch weichen der ist einfach mir wenn es mal stürmisch wird dann fällt er mir aufs Haus und dann nein das wollen wir nicht so schauen wir doch mal ist da oben alles weg guck guck so was ich dann ne Schere haben sollen ein Apfel ich mach hier die Apfel-Diät noch ein Apfel und noch ein Apfel ok Den Apfel nehmen wir mal mit. Wo ist der andere Apfel? Apfel? Apfel. Ach, die hängt doch da oben in der Luft. Artet hier eine Arbeit aus, ihr? Au! Ich bin zum Blödsinn. Äpfel pflücken. So. Jetzt sagt mir bitte nicht, es wird wieder dunkel. Nein, es soll noch nicht dunkel werden. Wir wollen den Grundstand für unser Haus legen. So. Ich möchte gerne... Das, nein, das, das war da nicht gewollt. Das, das, das ist gewollt. Das ist das, das ist gewollt. Das ist kein Apfel. Der kann auch erst mal bleiben. Aber auf dem Dach ist ein Apfel. Habt ihr das gesehen? Ich werde mal hochklettern. Habe ich einen Schlauch gesammelt? Ja, habe ich. So. Ja. Bekomme ich hier Nachtzuschläge, wenn ich hier weiter arbeite? Wie bitte? Dieser Baum stört auch ein bisschen. Jetzt geht er erst mal weg. Geht's nur mir so, oder wird's hier immer dunkel? So dunkel, dass ich schon auf die falschen Tassen drücke. Ich hab' ne Idee. So. Ich bin leider noch nicht so weit gekommen, wie ich jetzt gerne wäre. Aber es ist ein Anfang. Man könnte sagen, es wird aus der Baracke langsam ein Haus. Das ist ein bisschen weiter weg hier. Das kommt auch noch ein bisschen weiter weg. Hallo. Okay. Wir sollen unser Glück heute nicht herausfordern. Ja, ich geh' rein. Leg' mich auf das nicht vorhandene Bett. Träume von tollen Häusern, schicken Villen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne. Schöne Grüße vom Niederrhein und Schipps mit Yps.